Klaus, 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 K reinfalten denkt an jetzt ist schwierig also bitte ich lasse die dinge mal auf und das ist ganz gut aber eine rechte ich mal hoch die schöne tür auf ich habe das also du bist schon hier ich habe den passport recht hätte ich mir das zeug beschwissen die knarzen hey da wo du gerade was war es ist ein dicke fette bubbel Dicke, fette. Also Haze. Arze. Ja. Oh, Jesu. Ei, ei, nein, 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 nein. Wieder weg. Das klingt ja dramatischer, weißt du. Alles sticke klicks. Gib's zu. Du bist leid, geil. Ja, klar. Refuse. Was für ein Ding? Sicherung. Ah, okay. Das machen wir nur noch Feuerzeug, oder haben wir schon eins? Ich hab keines. Ich hab auch noch keines. Ich hab nur den Passport. Also irgendwie haben wir ja schon herausgefunden, dass nicht alle Beweise zum gleichen Ort sein müssen. Wie war fast? Nee. Irgendwie nicht. Ich hab, äh, Feuerzeug und noch ne Fuse. Und noch ein Feuerzeug. Das ist eigentlich ganz okay. Ah, hier oben würde ich gerne mal quatschen. Wo bist du denn? 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 Kannst du mit mir sprechen? Ah. Jo. Also Infrarot oder ein Orb? Orb sehe ich erstmal nicht. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo bist du denn? Wo kannst du mit mir sprechen? Könnten wir mal gucken, ob jetzt hier noch einer ist? Das ist ein Orb. Also in anderen Orlen. Oder dieses Infrarot-Gedöns halt nur. Ja, Orb. Oder Infrarot-Motion-Sensor. So. Genau. So, lass mal hier oben hängen. Äh. Oh Gott. Wo ist er? Okay. Ich glaub, der findet man sich nicht lustig. Hm. Ach, guck mal. Wir können auch die Candle-Aufgabe machen. Das ist die dicke, fette Bubbel. Da rannst du gerade hinterher. Ich nehm mal ne Kerze mit. Komm, tu noch mal da hin. Ah, okay. Eine Aufgabe ist es, das Ritual zu vollziehen ohne diesen Sicherheits-Zirkel, den wir immer unten machen, also den wir immer in den Geisterraum setzen. Gibt's halt die Frage, ob ich das mal wagen wollen, weil das hält den vom Handeln ab. Gut, dass wir dann fortgeschritten spielen. Wahrscheinlich ist das doch immer so. Ja. Was meint ihr, wo ist er denn jetzt oben? Hm. Ach, dann ist er doch noch da. Der pennt schon. Wo soll ich denn sonst sein? Weiß ich nicht. Ich glaub, du bist. Der ist weg oder so. Hm. Powernap gemacht. Nein. Ich renne hier durch jedes Zimmer und gucke, ob ich ein Ort finde. Alles gut. War ja nur so gesagt. Wir sind auch... Can you blow out my candle? Blow, 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 blow. Blow out my candle. Guck mal. Naja. Oh, hat funktioniert. Zweite Aufgabe, fertig. Und eine Aufgabe ist dann noch Räucherstäbchen während einer Jagd. wir haben jetzt noch so dann gucken wir mal nach dem sensor also zwei stück sind drin nicht immer ab das ist jetzt nicht nur die haze ich habe das auf den monitor kannst ja auch ja die siehst du bist an der tatschung höher wahrscheinlich ja ja Ist aber eigentlich ganz gut gemacht, dass jeder alleine im Bildschirm gucken kann. Ach, da kloppt man sich nicht rum. Ja genau, das wollte ich grad meinen. Der zweite. Okay, das war irgendeiner von euch? Ich. Ah, okay. Wird er angerammt? Komm, das hört sich so realistisch an. Da will ich nur durchrennen. Irgendwie nicht. Hm. Aber könnte auch die Schwierigkeiten sein, weil wir jetzt schwieriger sind. Infrarot-Motion. Und die Haze ist auch weg. Ja. Wahrscheinlich den Raum gewechselt dann. Ah, ist halt, wo ist die hin? Ja. Kann man rannehmen. Und so. So, so, so und so. Bei den Ghost Hunters ist das so. Also ähnlich. So. Hast du eine Kamera? Eigentlich dürfte sie ja nicht zu übersehen sein. Ja, die könnte auch nach unten gehandert sein. Guck mal auf. Ne, die ist jetzt hier. Genau da, wo ist der... Oder ist das der Sensor? Könnte auch der Sensor einfach sein. D, 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 D. Der ist in der Garage. Hä? Ne, das ist der Sicherungskasten. Nein. Ja, der ist in der Garage. Da oben? Vor dem Sicherungskasten. Da oben? Ah, okay. Mama, Mama. Alter, rastet's hier oben vollkommen aus. Mhm. So. Jetzt siehst du die Bubbe. Alter, viele Sachen liegen hier auf einmal rum. Hm. Gucken wir nochmal. Heute noch kann ich wieder nicht schlafen. Wer im Spiel? Ich weiß nicht, irgendwie trifft der Ganze nach der Fernseher. Ich bin immer wieder angemacht. Hm. 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 Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es das ist, hätten wir ein Oni. Oh, der schmeißt da die ganzen Sachen durch die Gegend. Oh, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist wie bei... Hm. Oh nie. Ja. Dann sollten wir jetzt einfach mal Oni einloggen und gucken, ob er das ist. Ich glaube nicht, dass wir das Exorzist... ... kriegen. ... 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 und die anderen beiden hatten noch gar nicht das wahrscheinlich dann auch extrem schwer oder was das kostet was war jetzt an 4 candle einbauen ja auch eine kinder kann mit schutzsiegel oder ohne in der garage ist jetzt die haze also wird jetzt in der garage sein und zwar das an sie geht auf 6 zwar macht das hier im flur oder ja ich komm ich brauch den namen joshua davis 11 jahre alt letzte kerze einfach mit e angucken ja oder sie droppen wir hatten vorherzeug haben wir alles gedroppt ich hab den namen schon wieder vergessen joshua davis joshua davis joshua davis joshua davis joshua davis got almighty portal joshua davis joshua davis joshua davis joshua davis schon weggefuttert das war ein hand da wollte mich schützt dich nur eine hand halten let it be before your greatness the power of satan is trembling close 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 Let's cross. Defeat our enemies. Joshua Davis. Get out evil. Yo. Yay. Geil. Mein Kurzuffix ist halb angenagt. Ja. Na dann. Abfahrt, wa? Ja. Ja. Leider geil. Ja gab gut Geld. Ja. Und XP 922.